Und zurück zu Batman Arkham Knight. Hier muss ich wahrscheinlich nicht rein. Hier gibt es ein Fragezeichen. What is that? Okay, hier geht erstmal nix. Vielleicht kann man da später irgendwas machen. Muss ich erstmal schauen, wie ich hier aus dem Polizeirevier rauskomme. Ich habe keinen Plan. Die haben eine Betriebsbesprechung. Average Room. Könnte ich hier rausgehen. Wir halten dieses Gebäude. Die einzigen, die rein oder raus gehen, seid ihr und Batman. Ein paar Patrouillen suchen... Dieser Aufzug ist gesperrt, Batman. Der einzige Weg rein oder raus führt durch die Tiefgarage. Wo ist die Tiefgarage? Ein halbes Dutzend Hubschrauber kreisen über der Stadt. Aber lasst euch davon nicht täuschen. Wo ist die Tiefgarage? Hier vielleicht? Tür öffnen. Was sind die Zellen hier? Arrestzellen, Verhörraum. Keine Spur von dem Prediger. Ja, armes Schwein. Er wird nicht damit leben können, wenn er erfährt, was er in diesem Diner angerichtet hat. Wird garantiert seine Marke verlieren. Hey, Batman! Schätze Scarecrows, die entwischt! Den kriege ich schon. Mach dir mal keine Sorgen. Exit. Geht's hier raus? Alles klar. Das Ding wurde ganz schön aufgerüstet. Sie haben beobachtet, wie es sich in einer Panzer verwandelt hat. Weg von meinem Auto, Jungs. Geh nicht so nah ran! Er ist hier! Guten Abend, Mr. Wayne. Ich hoffe, der Wagen entspricht Ihren hohen Erwartungen. Genau genommen, Lucius. Ist er ein... Genau, dann brauchen wir sogar Power. Ich dachte mir, dass Sie so etwas sagen würden. Geben Sie mir einen Moment und ich bringe den Nachbrenner online. Danke, Lucius. Es ist gut, dass Sie hier geblieben sind. Sie wollen mir danken, Mr. Wayne. Versuchen Sie einfach, auf der Straße zu bleiben. Ich habe bald weitere Upgrades für Sie. So, ist Fox Charakter-Biografie ansehen? Ich glaube, das ist mein Mechaniker oder was? Alfred, Jim Gordon. Geschäftsführung Wayne Enterprises... Äh, okay, verstehe. Wenn du einen Wayne-Tag-Verbesserungspunkt verdienst, kannst du im Wayne-Tag-Auswahlbildschirm eine Liste aller Manöver ansehen. Fahre in eine Fahndungslistemission... Fahre... Fahre in eine... Fahndungs... Fahndungs... Fahndungslistemission fort oder sammle Erfahrungspunkte, um den Batsuit oder das Badmobil zu verbessern und dir weitere Fähigkeiten zu erhalten. Guten Tipp... Stelle die Superschurken-Gossams, um schnell viele Verbesserungspunkte zu verdienen. Okay. Ah, okay, hier komme ich in den Wayne-Tag-Bereich rein. Wayne-Tag-Verbesserungspunkte habe ich jetzt einen. Aha, hier kann ich Badmobil machen, Badmobil-Waffen, Bad-Suit. Schauen wir mal da rein, was es da gibt. Gut. Zier dich mit dem Greifhacker einen Vorsprung hoch und gehe direkt zu einem Ausschaltmanöver oder Angst-Multi-Ausschalten über. Na... Erhöre den Widerstand des Bad-Suites gegen Nahkampfangriff um 25% einem Punkt. Oh, ich glaube das machen wir jetzt mal. Genau. Für den nächsten bräuchte man dann... Oh, leck, hier geht es aber ganz schön weit hoch. 100% kann man da machen. Sehr geil. Okay. Den ersten Skill-Punkt schon mal reingesetzt. Super. Dann fahren wir mal hier raus. Ich würde zu gern wissen, wo man so ein Auto herbekommt. Ich kann nichts fassen, dass... Nicht vom Autohändler. Nachbrenner. Oh, alles klar. Praktisch so eine Art Turbo. Da links ist, glaube ich, meine Turbo-Anzeige. Genau, wie lange ich die nutzen kann. Sind wir aber schon wieder falsch gefahren. Ich habe... Ich habe deine Stadt mit einer Piole Topsin und ein paar Drogen. So viel warten Sie hat. Wenn der Mord hat, Gott ist nur Ihnen. Und in meinem Blick dem Rest der Welt entzündigt, wird die Legende von Batman rein Gabriels bedeuten. Schauen wir mal. Uhrenturm. Ich muss da jetzt irgendwie reinkommen. So, wie komme ich hier rein? Boah. Muss ich da unten rein vielleicht? Ja, Batman hat jetzt einen Panzer? Wir haben ihm wohl Angst eingejagt. Muss ich unten irgendwie rein? Okay, dort schauen wir mal auf die Karte. Mal schauen, wie ich hier reinkomme. Ich habe gehört, Gasmasken helfen nicht, weil das Toxin zu stark ist. Und dann sind wir eh schon drinnen. Wir müssen, glaube ich, hoch jetzt. Was? Kann man hier nicht weiter oder wie? Oh, was ist denn das hier? Fahrstuhl. Ich komme jetzt hier rein, aber ich habe kein geplant. Heute Nacht zeigen wir es der Fledermaus. Wird auch endlich mal Zeit. Ich bin total falsch. Batman, können diese Typen nicht entwischen. Oh Gott. Äh, 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 äh. Da mal hoch. Aber hier oben war doch, glaube ich, nichts mehr. Ah, was? Uhrenturm betreten. Ja, super. Wir sollen das finden. Uhrenturm. Direktivenmodus umschalten. Ah. Benutzen. Identität bestätigt. Geil. Also von der Aufmachung ist das bis jetzt schon sehr gut gemacht, finde ich. Mal schauen, ob es auch so bleiben tut. Komme ich in die Betthöhle und bringe deine Sachen durcheinander? Du hast die Verbindung auf ihre Grundelemente reduziert. Aber da ist nichts, was wir zurückverfolgen könnten. Was, wenn wir das Ganze falsch angehen? Statt nach dem Toxin zu suchen, sollten wir uns vielleicht auf den Herstellungsprozess konzentrieren. Wie konnte mir das entgehen? Die Reaktion verursacht einen Strahlungsanstieg. Scanne die Stadt nach dieser Energiesignatur. Sie zeigt uns, wo Scarecrow das Angsttoxin herstellt. Es wird ein paar Stunden dauern, die Satelliten zu positionieren. So viel Zeit haben wir nicht. Ich werde die Antenne bei den Filmstudios umfunktionieren. Bruce, ich habe mit Dad geredet. Das Geschwister. Ich hasse es, ihn anzulügen. Wenn er wüsste, dass ich noch in der Stadt bin. Er gibt sich immer noch die Schuld hierfür. Wir halten Scarecrow auf. Verwende die Antenne der Panessa Studios, um Scarecrow's Aufenthaltsort zu bestimmen. Alles klar. Schau mal, wo die Antennen sind. Jim, wir müssen herausfinden, von wo aus Crane agiert. Gott sei Dank. Was kann ich tun? Hab ich den Standort, gebe ich Bescheid. Halt deine Männer bereit. In Ordnung. Okay, 724 Meter. Jetzt wir erhalten Sturzflug von Vorsprung aus dem Lauf. Ben plant was Großes. Warum sollte er sich sonst mit dem Pinguin... Batman, mach das schon. Ich mach mich auf den Rückweg. Mach diesen Freakpen ab! Du dachtest, ich wär tot oder Wärme. Versunken in den Gebässen und Arken. Doch wie alle unterdrückenden und vergessenen Ängste, kehrte ich schlussendlich zurück. So. Du schlimmer Finger, du. Werden wir dir das Handwerk mal legen. xx Greifhackenschub während Greifhackeneinsatz. Ich muss jetzt mal klarkommen mit der Steuerung ein bisschen. Gar nicht so einfach. So. Okay. 64 Meter noch. Da sind wir zum Ziel schon mal. Kann der nicht rüberklettern hier? Auf jeden Fall hier unten irgendwo. Unteren Bereich. Um den Aufenthaltsort zu bestimmen. Okay, wo müssen wir denn jetzt hin? Müssen wir hier runter? So. Ich glaub den muss ich irgendwie einschalten oder? Anbringen. Der Generator ist beschädigt. Ich muss die Antennen direkt mit Strom versorgen. Hallo nochmal, Mr. Wayne. Wie kann ich Ihnen helfen? Ist die Winde bereit für den Einsatz? Sie ist vollständig funktionstüchtig. Ich garantiere aber für nichts, wenn Sie damit Ihren Wagen an einem Gebäude hochziehen wollen. Sie lesen meine Gedanken. So lautet die Jobbeschreibung, Mr. Wayne. Der Batwing ist auf dem Weg. Geil. Besorge die Winde für das Batmobil. Okay. Schauen wir mal wo das ist. Ist ja gar nicht so weit weg von hier. Missions... Okay. Deine Verbündeten werden dir heute Nacht nicht helfen. Ich werde euch angern. Ich werde euch angern. Geil! Das Ding will ich fliegen. Das ist ein Spielzeug für Papa. Winde, ziehe Hindernisse herunter und bewege schwere Blockaden. Liefert leistungsstarke Wechselstrom, Energieversorgung. Okay. Geil! Das Ding will ich haben, Mensch. Ich improvisiere. Die Seilwinde benötigt einen sicheren Ankerpunkt. Schalten Sie dann in den Rückwärtsgang. Und seien Sie bitte vorsichtig mit dem Wagen, Mr. Wayne. Er ist ein Unikat. Okay. Halten. Kampfmodus. Winde einsetzen. Herunterziehen. Geil! Dann können wir nochmal probieren. Muss ich jetzt da rüberspringen oder was? Muss ich mir doch hochziehen. Oder ich muss... Ich glaube, ich muss einfach da rüberspringen. Schauen wir mal. Kampfmodus. Kampfmodus. Okay. Verwende den Kampfmodus des Badmobils, um durch engere Passagen zu navigieren. Finde ein... Hä? Geht die jetzt hier runter oder was? Na. Hä? Ah, oder Sprungschanze? Äh, okay. 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 Ich Ans. Garnet Valterrat. Ja, wir sehen uns doch so. Und durch die Erde. Lasst das halt nicht... Ich bin ja schon wieder hier. Was muss ich denn hier machen jetzt? Kein Plan. Ich muss da hinten irgendwie hin. Da oben muss ich rauf oder was? Das heißt, ich muss da irgendwie rüberspringen. Nein! Nochmal. Nein! Gott, was war ich denn jetzt für ein Schmann? Ich stelle mir wirklich blöd an hier. Ich muss da irgendwie hoch. Wollen wir Anlauf nehmen? So. Nein! Bisschen hakelig lässt sich schon spielen, aber... Boah! So, Kampfmodus auf jeden Fall. Jetzt muss ich mal schauen. Also darunter ist schon mal falsch. Ich muss hier hoch und nicht hier runter. Okay. Hier lang. Dann werden wir enge Passagen zum Navigieren. Dann muss ich jetzt hier lang, oder? Hier geht's bloß runter. Hier waren wir schon. Hier rauf. Okay. Okay. Der Ankerpunkt ist an der Wand befestigt. Ich kann ihn mit dem Batmobile nicht bewegen. Aber vielleicht kann er das Gewicht des Wagens... Ah. Alles klar. Alles klar. hier muss es leicht hoch pendeln alles klar, verstanden und die Antenne glaube ich ist wieder eingeschaltet wird Robin auch wieder mit von der Partie? ist die Antenne bereit? ja, aber wir brauchen einen Mikrowellenturm um Scarecrow's Position zu orten es gibt einen bei Falcone Shipping im Cauldron ich habe ihn auf der Karte markiert danke Oracle okay Leute, ich glaube das war es dann schon wieder mit der Folge hier bis es in der nächsten Folge mit der Antenne weitergeht und Scarecrow natürlich einfach reinschauen einfach abonnieren dann verpasst du auch nichts mehr bis dahin würde ich sagen bis bald, bis zur nächsten Folge ciao, euer Andi